Das Schreien von Marios Dingensbums Was? Was hast du gesagt? Scheiße, ist denn gut Dederherz Alter Alles klar, vier Dederherzen Gold Zauberannte Kleine Heilung Goldbarren Ebenerzbarren Gut, die brauch ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr Weil ich mir die Reste machen werde Es ist, Alter, wie viel hier rumliegt Was ist das denn? Schatulle leer Truhe Gold Hier ist noch was Goldbar Stahlhelm der Wasseratmung Okay Öffnen, Himmelsgrund So Dann schmieden wir direkt mal Äh, das Set Bücher Zauberbücher können beim Hofzauber Im Palast des Sial erworben werden Okay So Schmiede Lederer Was brauch ich denn? Lederstreifen Ebenerzbarren Ebenerzbarren Warte ausreichend Doch Ähm Für die Ressie Lederstreifen und Ebenerzbarren Gut Warte Wir haben eine Uhr Dann gehe ich mal nach Hause So 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 Ähm Was war ich denn? Mal gucken So Soja Bücher Ah Gut Und Sonstiges Ebenerzbarren Hat die Seelensteine Kann ich eigentlich alle verkaufen So So. Ähm, sonstiges. Ab dem, ja. Den, ja. So. Ähm, nehmen. Was war denn da noch? Okay. Okay. So, dann schlafe ich erst mal. Ähm, wie lange? Zehn Stunden. So. Gleichfalls. Dann wieder raus. Hier aus Weißlauf. So, okay. Ähm, eben erst mal. So, ich weiß nicht, wie lange. Hm, klingen über ziemlich alles, was ihr braucht. Eisen-Bahnen. Formate, keine, Formate, wie? Keine eben erstbaren. Eisen-Eben-Erz. Wo bekomme ich denn die E-Eben-Erz-Bahnen her? Achso, ich war hier noch Lederstreifen. Kennt ihr meinen Vater? Werft einen Blick darauf. Ähm, sonstiges. Lederstreifen. Äh, kaufen wir mal 15. Wo bekomme ich denn die E-Eben-Erz-Bahnen? Was ist das denn hier? Schmelz-Hülle. Wenn du eine Schmelz-Hülle kannst du das Erd-Hülle machen. Ah! Okay. E-Eben-Erz-Bahnen. Zwei E-Eben-Erz. Ich helfe meinem... Hast du E-Eben-Erz? Und ihr... E-Eben-Erz. Oh Gott. E-Eben-Erz. Wo bekomme ich E-Eben-Erz? E-Eben-Erz. Wahrscheinlich aus einer Niene. Ja, kleine und die besten Waffen und Rüstung. E-Eben-Erz? Nee. Das ist schön mit euch, Geschäfte zu machen. Er hat auch kein E-Eben-Erz. Wenn mich das aufregt. Wer zum Teufel hat die E-Eben-Erz? Keiner. Wo ist denn der hier? Achso. Achso. Ja, der kommt immer eine Stunde zu spät. Oh Gott. So. E-Eben-Erz. Das ist E-Eben-Erz. Nein. Nein, hast du nicht. Mhm. Wie mich das aufregt. Woher bekommt man zum Teufel nochmal E-Eben-Erz? In der Mine oder was? Wo warnt man nochmal Minen? Hier war doch eine Mine. Ja, in der Mischung war eine Mine. Wo bekommt man E-Eben-Erz? Verdammt. Ah, hier kenne ich auch einen Glitch. So, wo sind die dann? Ah, den. Hier kenne ich auch einen Nussi Glitch. Und zwar... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, da. Truhe. Das ist ja eine Truhe. Ebenerz. Oh, ein Ebenerz. Alter, hier habt ihr aber echt viel. Was ist komisch? Was ist das? Werdenfällen. Dietrich. So. Dann mal wieder zurück da zu der Verkäuferin. Und dann ist die Truhe wieder voll. Ist auch so ein kleiner Bussier-Bug. Kleidung. Kleidung. Aha. Ebenerz. Ebenerz. Ne. Möge euer Weg auch zu warmen Wüsten führen. Ja. Nur weil du es hier so kalt hast. Ich glaube, in der Wüste ist auch nicht wie besser, es ist zu warm. Dann mal wieder zurück. Truhe. Ebenerz. Ebenerz. Ich würde die Truhe mitnehmen. Gold.